Kleine Zuschauerwarnung. Manche Strecken sind ein bisschen cringe auf den Augen. Nee, Schoschleuder, euer Schoschmann hier. Heute mit einem Mario Kart Wii Romhack Video. Der gute Aaron und ich haben uns nämlich den Romhack Mario Kart Wii... Scheiße, wie hieß das Zeug? Wie hieß der Cringe? Mario Kart Fusion Diamond Edition angeguckt und dieser Mod besitzt einfach mal an die über 600 Strecken in Variationsweise Qualitäten. Und wir haben uns mal ein paar davon angeschaut und dies sind unsere Erlebnisse. Viel Spaß. Aus am Discord, WhatsApp, Facebook. Alter, ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin, Alter. Dieses Cringe. I guess. Ah, jetzt funktioniert es. Weißt du, ich habe mir nur schon mal so ein bisschen was angeguckt gehabt, tatsächlich mal. Es ist aber wie so ein Rabbit Hole. Du gehst einfach immer deeper. Vor allem die Charaktere, Alter. Wir haben Raincoat Baby Mario, Raincoat Baby Luigi, Daisy who's ready to fucking fight you, Razer Toad, MC Cooper. MC Cooper. Buggy. Warum bugst du? Er macht einfach... Mafia Mario, Pinguin Luigi. Komischer Wario, noch komischer Warluigi. Yeti Donkey. Oder ich nehme mal Funky. Hat der eine Knarre auf dem Rücken? Ja, deswegen nehme ich... Der hat einfach eine Bazooka. Deswegen nehme ich ihn ja auch. So, come on. Jetzt haben wir halt schon so Mario, White Mage, Black Mage. Ich möchte halt nur mal nach Hause hämmern, was wir hier reden. Wir reden hier Donkey Kong Level Up Ballon. Wir reden hier Poké Ball, Super Ball, Meister Ball. Du hast den Diamond. Ich finde auch schön, wie da einfach Pro hinter der Strecke steht. Keine Ahnung, was Pro bedeutet. Es gibt auch Pro Plus. Das sind schwere Strecken, aber meistens die einfach nur scheiße designt. Einfach so. Sonic Emblems von Chaos Emerald und Mecha-Sonic. Fucking Joker. Pokémon Energie, Pokémon Orden. The fuck ever this is. Es ist so, Alter, das ist das Fortnite der Mario Karts, Alter. Das ist Crash Bandicoot. Oh Gott. What is this? Oh Gott, was? Die Meth. Are you sure this is... Is this Crystal Meth? Einfach so, nein. Nein. Fälzchen. Oh, lol. Alter, die gesamte Strecke. Was ist denn da an Pro Plus, wenn ich ihn nirgendwo runterfallen kann? Ich meine, wahrscheinlich kommt das gleich, wenn ich da laut Karte Iktrasil hochfahre. What? Äh. Äh. I mean, irgendwo ist das ja cool, aber man merkt so richtig, die Type mochte so diese eine Form von Textur wirklich. Äh. Was passiert da? Ich weiß es nicht. Ich bin... Ich bin verwirrt. Den Drift mochte er auch nicht. Diese Texturen sind auch gar nicht mal verwirrend. Und es spiegelt einfach. Das ist einfach nur... What? Hä? Ah. Du wirst hochgeschossen. Okay. Okay. Final. Das fand ich die Komplexe. Okay, dieser Map gebe ich ein Crystal Meth out of 10. Purple. Alter, ich möchte zur Purple Road. Wenn hier nicht eine lila Sache ist, I swear. Oh, da ja, that's pretty purple. Wofür ist die da? Das ist einfach F-Zero. Das ist F-Zero-Musik, oh geil. Das ist irgendwie eine Mischung aus verschiedenen. Kann das sein? Kann sein. Das ist einfach alle Regenbogenstrecken irgendwie random zusammengemischt. Und Purple. Und Purple, ja. Alter, vor allem mit diesen grellen Boost-Platten, Alter. Der Funky-Meteorit. Wenn er in dein Ghetto einschlägt. Oh, die Musik ist gut. Das ist ja auch F-Zero-Musik. Ja, ne? Müssen wir bei Sowei auch mal irgendwann spielen. Oh, yeah. Auch wenn viel zu schnell meistens. Quatsch. Sind sie zu schnell, bist du scheiße. Ein richtiges F-Zero-Rennen muss damit enden, dass mindestens einer stirbt. Ich glaube, du bist in den Schweizer Käse gefallen. Ey, einfach ein Stück aus dem Ring hier rausgekattet, Alter. Das kannst du doch nicht machen. Saturns neue Ringe. Alter, echt mal. Selbst Saturn kann sich seine Ringe nicht mehr leisten. Boah. Alter, not bad. Ich gebe dem ganzen Purple von 10. Okay. Der Luigi-Blimp. Der Luigi. Ich glaube, das ist ein Mega-Man-Remix. Keine Ahnung. Sky Garden Dance Party. Alter, das ist echt so fucking funky stank Rave. Ja. Oh, cool. Eine Rampe. Das ist eine solche GBA-Strecke. Boah, ich gebe dem ganzen einen schlecht belichteten Game Boy Advance bei einer viel zu langen Autofahrt von 10. Kannst kaum erwarten, Stroke zu kriegen. Go to the near in the mansion. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, die Musik stimmt immerhin. Aber what the fuck is there? Was ist da mit der Map los? Ich habe keine Ahnung, Alter. Wir sind hier im Cyberspace, Alter. Das ist einfach Tron. Das ist echt einfach Tron, ja. Hä? Wo? Hä? Achso, da. Ich muss legit... Hä? Alter, ich kann es jetzt schon kaum erwarten, wenn ich da gleich in die Brezel komme. Oh, my God. It drives like ass. Wirst du raten, warum? Hm. Weil du nie wirklich weißt, wie weit die Strecke noch geht. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Was? I am lost in the Brezel. Ist das richtig? I don't... Hier? I am so confused. Ich frage mich, wer sich da... Ach, das ist eine gute Idee. Vor allem, weißt du, und dann das Ganze Pro Plus nennen, ne? Weißt du, lass einfach deine... Die Map einfach ein undurchschaubares Mess machen. Wird schon irgendwie hinhauen. Ach ja, das Bike war das mal so komisch. Wo nach innen driftet. Never got used to... Ja, die... Die gab es im Mario Kart wie... Die nach innen driftenden Bikes. Never got used to this shit. Ich will weg. Ich will weg. Ich will hier nicht sein. Es ist alles auf Droge. Okay, Alter, das Ganze kriegt von mir ein fucking LSD-Stroke out of ten. Ey, perfekt für... What the hell? Oh mein Gott. Oh, guck dir die mal an. Die sind echt nice. Waren die im Original-Game? Nein. Oh mein Gott, die sind fucking adorable and I love them. Das ist wieder der Mega-Man-Remix. Nice. Es sind noch mehr davon. I love this. Da oben chillt ein Hammer-Bro mit einem Shy-Guy. Wir haben richtig Bock. Alter. That's a nice one. Man, der fliegt auch scheinbar ab und zu über die Strecke dieser riesen Parakupa oder wie die heißen. Ihr habt keine Ahnung. Ich kenne die tatsächlich nicht mal. Yeah, this one's actually fun. Alter, das ist tatsächlich die erste richtig gute. What? What the fuck? What the fuck? We don't talk about the map. Ich weiß nicht. Soll ich hier langfahren? I guess? Ist die... What the fuck is this? Ich glaube, die Map ist verbuggt. Mir fällt nochmal langsam so ein Gimmick auf. Alles, was die so Pro und Pro Plus nennen, ne? Ist einfach nur so zusammenhangloser Müll. Yeah. Like nichts, was die Map zusammenhält. Und überwiegend Zeug, wo du dir denkst so... I have no idea where to go. Der Part, der hat mich so an Lylat Wars erinnert, an hier den Weltraummüllplatz. Ich finde aber tatsächlich, dass das eine der besseren Maps bisher nicht komplett ist. Yeah. Die hat halt was Interessantes, so... Sie soll halt so aussehen. Soll halt chaotisch sein, yes. I can see, yeah. This is fairly okay. Uns sind nur zwei Runden. I give this... I don't know where to go out of ten. Alter, jetzt... Aber jetzt sind never. Wenn jetzt hier nicht irgendwie was Minecraft angelehntes kommt, ne? I will leave the track immediately. Kommt einfach ein Creeper, sprengt dich in die Luft. Oh, my God. It looks like garbage. Guck mal, die Garst. Oh, God, that's who? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Garst.png. I mean, points for effort. I like it. 10 von 10 für die Umsetzung der Idee. Aber die Textur sieht aus wie Arsch. Ja, ist das Minecraft mit euch zu tun? Alter, ich geb dem ganzen Hero Brian out of ten. Speed. Ähm. Äh. Sand. Sand. Ich glaub, du bist lost. Alter, das sind die Backrooms. Alter, Tokyo Drift in den Backrooms. Let's go. Die Musik passt so gar nicht, Alter. Nee. Da fliegen Fische. Äh. Ja. 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 Wenn die Map einfach einen Blue Screen hat, dann weißt du Bescheid. Waaah. Äh. Five Nights at Freddy. Oh, mein Gott. Die Map geht noch weiter. Ich will wissen, was bei End ist. Oh, noch mehr. Gerade Strecken mit nichts. No Obstacles. Keine Deko. Nuff. Oh, mein Gott. Meinst du, ich soll in diese Richtung? Meinst du, ich fahr richtig? Nein. Ich glaub, du musst umkehren. Pfff. Du bist einfach gestorben. Ich geb dem ganzen Phoenix Wright out of 10. Weißt du, das ist was Schönes. It's a treasure trove. Immerhin, weil etwas... ...gut blinken. Oh mein Gott, ja. Der Aal. Alter, einmal Clowns Kotze zum Mitnehmen, bitte. Funky Kong denkt sich so, hier bin ich heimisch. Alter, ich kenn das. Ich land auf... ...diese gigantischen... ...what the fuck? Da ist Death. Wunderbar. Stand... Halt, 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 halt. Ryo. Ryo, one of ten, Alter. Alter, wir gehen jetzt zu Nightmare. Einfach nur Nightmare. Die Map ist so badass, die braucht keinen weiteren Namen. Oh Gott. Das ist ein Missing, nur. Ist das ein Missing? Could be. Das sind einfach nur Streckenteils. Armin, ich kann jetzt schon Leute lesen von wegen... ...ja, mach doch auch mal... ...mach das doch mal besser. Ja, Alter. Ich meine, ich könnte es besser machen. Auer und könnte. Wie? Hä? What the fuck? Was war das? War das einfach die... War das das Katapult ins Nix? Das ist eine F-Zero-Strecke. Das sieht echt aus, als ob jemand einfach irgendwie... ...es sind einfach nur Teile. ...gemalt hat und das... ...übertragen hat. Das ist so shit. Und jetzt überlege ich mal, das sollst du mit Items spielen, Alter. Alter, das Ganze krieg ich von mir Clown-Kotze out of ten. Ähm. Einfach Minecraft-Musik? Das ist einfach hier... Das ist der aus Ultimate, oder? Ja. Das ist einfach Steve, seine Vorstellungsmusik. Ich bin so... ...die Karte so, tschüss. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Am I right? Ich glaub... Nee. Hier ist die Strecke. Ich muss aber sagen... Die Strecke hat an sich was. Yeah. Da wurde immerhin... Someone cared. Ich... Ich sehe auf jeden Fall Bäume. Ja, ich erkenne, dass jemand sich dafür interessiert hat, Alter. Ja, doch. Steve out of ten. Das ist ein Hintergrundbild. Yo, das ist cool. Das ist... Das ist sick. Mit Zelda Remix. Crack-Gumbas. Das ist eigentlich pretty cool. Das ist auch ziemlich simpel, aber durch die Te... Äh... Diese... Ja, nicht so basic Textur wirkt es wenigstens lebendig. Der Name ist auf jeden Fall Programm. Und die Strecke ist auch nicht irgendwie... Absolut ass. Ja, nö. Das ist... Marty McFly out of ten. Hatten wir Castle of Darken? Nein. Blood, Fire, Sky. Dann ist aber auch... Nee. Mehr kann ich nicht. Der Quinch-Faktor ist erreicht. Mass Genocide out of ten, Alter. If I could kill it, I would. Mit querer? Huh? Hi! Chefe? Mü? 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 Mü.? Untertitelung. BR 2018